Der Kunde spürt den guten Teamgeist, der bei uns herrscht und auch, dass wir hinter der Firma stehen können. Das ist genau das, was ich sehr schätze. Ich kann sehr selbstständig arbeiten, eigene Ideen einbringen. Klar, man muss sich ab und zu Rücksprach halten, aber grundsätzlich vertraut es mir. Ich bin hier und habe eine freie Hand. Amplifon gibt uns alle Worte, die notwendige, um unsere Prozesse anzunehmen, und um unsere Kompetenzen an der disposition des Kunden, um ihre Satisfaction zu garantieren. Die Anpassung eines Hörgeräts ist sehr etwas Persönliches für den Kunden. Und es muss ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden, zwischen den Leuten im Laden und den Betroffenen. Und es muss ein Vertrauensveracción werden, zwischen den Leuten im Laden und denen wir mit, in denen das Bestmacht der Haupte sind. Der Kontext für den trên 4utzend beside Starring hin máswertigen vieles wie eine Karte, nicht alles inâltige, um unsere Bestmacht der Haupte sind vom Kunden haufen 놀� boilingumenten. Ich kann sehr herzlich erhalten mit freuers lassen.